Junge, nuss einfach Maschine! Ich hab erst... Was zu fangen? Ich hab eben erst draufgeklickt, alter! Guten Morgen! So, äh, was haben wir heute? Den sechsten Nuss kriegt drei Punkte. Er holt sich wieder die Spitze. Rafi! Oh! Ich muss noch was tun. Das hier. Weil nämlich der Rafi, hab ich gesehen, ist nämlich der... ...zweitbeste Chira gewesen dieses Jahr. Hm. Hat somit... ...und hat somit sich was verdient. Hallo Kingdent. Ich könnte klicken. Nein, noch zu klicken. Da ist es! Das VIP-Crystallchen für den Rafi! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Äh, wo waren wir gestern bei... Waren wir bei... Vorgestern bei fünf Stunden? Moment, der Chat ist hier kaputt. Waren wir bei fünf Stunden oder sechs Stunden? Netzfest! Wir waren bei fünf Stunden, okay. Gut! Gerne, 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 mein Bester. Gerne, gerne, gerne. Gerne, gerne, gerne. So! Es tut mir leid für gestern. Es ging einfach nicht, mir ging es so scheiße. Aber, was willst du tun? So! Nusskündent, Rafi, Sven Kallenberg, Sonnenkrümel ist hier am Start. Zack! Und so. Hallo, Waschbär mit Bart. Guten Morgen! Hallöchen! Freust dich? Freue ich mich auch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So! Das ist heute der Plan. Ähm, wir wollen heute Vormittag nur eben, äh, Grand Puber 2 beenden. Gucken, wie lange das dauert. Und dann, äh, wird ein Cut gemacht. Und dann geht es heute Abend weiter. Heute Abend gibt es das giveaway. Ich habe ein paar kleine Sachen. Amazon Gutschein und ein kleines Überraschungspaket, was ich demjenigen zuschicken werde. Mit ein paar Merchartikeln. Ja. Und deswegen wollen wir auch nicht lange um den heißen Brei herumreden. Sondern gehen einfach hier rüber. Wechseln die Szene. Gehen hier rüber. Hier ist auch der Chat kaputt. Ähm, ähm, ähm. Machen den coolen Owen aus. Gehen hier rüber. Waschbär mit, Behart. Ich grüße dich. So. Machen hier. Bei wem hat es geschneit? Refi ist bei dir alles weiß. Kaizo. Kaizo. Granpou. Da. Bei allem war ich hier ist nix leider. 16 Exits haben wir nicht 17. Warum auch immer ich aus 16 kommen. So. So. Ähm. So. Wir gehen in das Karpel-Level rein. Das klieren wir mal eben fix. Oder auch nicht fix. Mal gucken. Okay, für mich ist es ein bisschen laut. Wie ist für euch der Sound? und machen ganz langsam Okay, Fehler Schneeschieben ist kacka und bevor meine Frau was schreibt ich war gemeint zu meiner Frau ich hab sie aus dem Bett geschmissen, obwohl sie nur obwohl die Nacht richtig kacka war der Kleine war verschnupft der war nur wach gewesen und ich hab sie jetzt aus dem Bett rausgeworfen ich bin ein böser Ehemann nochmal eben so ich bin richtig frech ich hab das verdient ich hab jetzt böse Worte, böse Blicke, alles hab ich jetzt verdient ihr dürft gerne böse Sachen schreiben ich hab sie ich hab sie So, jetzt. Okay, zwei Minuten. Das ist in Ordnung, Franzen. Ach, Mann. Da sieht man mal, was so ein neuer Tag... Was so ein neuer Tag für... Was das so bringt, ne? Wenn man einen neuen Tag einfach anfängt und das dann mal eben kurz fix runterkliert, ne? Shit, da war ein Kreisung. Aber easy part. Ups. Shit. Okay. ein checkpoint für papa und halt ohne checkpoint klären denn wie sehr hat mike geflucht dass sein menschen wieder weg ist oh wow Ah ne, in den Prädesitor Oh Ah, danke The point No So, wie komme ich da nochmal durch? Ups Hey Chris, grüß dich Raffi macht das Schön Schnee schieben, schönen Schneemann bauen Wir können es nicht Aber wo wir es gerne würden Wichtig und richtig Nicht in diesen ollen Fransen zugucken Spark, jemorgen Guck mal, sieben Minuten jetzt Das hätten wir noch gestern machen können Vorgestern Jetzt kommt das Timestop-Level, ne? Ich weiß, wie man am Anfang hier Sieben, acht, neun, zehn Stunden gebraucht hat Um das Level zu clearen Heute Nachmittag ist sehr cool Hey Rot im Discord Gucke ich mir gleich mal an Oh man Mal morgens dieses Boah, Junge Einfach alles voller Schnee Ich will auch Mach das mal Danke dir Junge Finger einfach eingefroren Mecke Wir haben das Cape-Level eben Innerhalb von sieben Minuten beendet Mal eben fix Ja Höchst verdient Wer der zweitbeste Cheer-Meister ist Im letzten Jahr Mit 7500 Bits Oder sowas Hatte ich gesehen Danke dir von Herzen Fatma Stern Hallo Mal Fatma ist bestimmt auch Schnee In Brandenburg Im Brennbezirk Wow Geht Hier ist natürlich immer wieder nix In Norddeutschland Äh, in die Bremen meine ich Norddeutschland Ja, aber Hier ist Frühling Bei dir liegt Schneefjog da Geil Hallöchen Grüße, guten Morgen Und sorry nochmal für gestern Aber mir ging es irgendwie gestern Ich weiß nicht, ganz komisch Früher von der Arbeit weg Meine Augen haben wehgetan Mein Kopf hat wehgetan Mein Körper hat gebrannt Irgendwie so, als wenn man Fieber hätte Kennt ihr das? Wenn dann das Gesicht so spannend Echt? Mann Wow, das Level hier ist doch nicht schwer Entschuldigung Entschuldigung Tut mir sehr leid Wieso? Was ist denn jetzt schon wieder? Was habe ich getan? Kleppkatt Moin Ey, Fransen Trink mal was Na gut, dass ich hier nichts zu trinken habe Wasser Ist immer so Ich war ja nicht richtig krank Ich war ja nicht richtig krank Ich habe mich nur unwohl gefühlt Oh mein Hals, das nervt mich so Hat da jemand eine Idee, was man da machen kann? Jeden Morgen bin ich nur am Räuspern Gibt es da irgendwas, was ich Nehmen kann dagegen? Es ist so krass, dass ich jeden Morgen einen Frosch im Hals habe Cooles Schild Ja Das wurde mir von meinem Schwager Von dem Mann meiner Schwester gemacht So ein Neonlicht Schild Oft Ich habe das jeden Morgen Junge Ja 2400 Junge Bester Mann Hat mal Halben Liter Wasser Direkt nach dem Aufstehen Wow Okay Wir haben keine Heizung an Wir haben immer das Fenster auf Das Fenster ist immer auf Ey Fatma, danke für das Eben noch beschwert Und jetzt nochmal rein Reinknallen Danke dir von Herzen Mein Bester Nur festgestellt Okay Und bereut Oder Gesagt Ja Der junge Mann Der Ach dobe Frage Was kommt der Yoshi-Müll hier noch Lieber dir ist das Finanzamt Wie viel 2022 war Hallo Fishing Boom Moin Boah Das weiß ich nicht 500 What Echt Scheiße Es tut mir so leid Es tut mir so leid Es tut mir wirklich leid So viel Plep Content Wo war das denn auf einmal Wo war das denn auf einmal Ja ich lege auch auf Ich war zu oft krank Ich war zu oft krank Obwohl der Warte Das Stream Ja 2 23 Was Streamingzeit angeht War stärker als 2 22 Mein Lieber Nur mal so Knapp 100 Stunden mehr Also Offene Mund Ich schnarche Vielleicht deswegen Irgendwann verpasst Fishing Boom Habe ich Hallöchen gesagt Ja ja meine Frau Haut mich immer an die Seite Und ich trinke im moment allgemein eh zu wenig Wow So wie gesagt Wer sich wundert Warum sind die Bits da nicht mit drauf gekommen Auf das Auf den Auf das Alltime Goal da oben Doch Jetzt Musste aktualisiert werden Okay Guck mal Fatma 1000 Bits sind die jetzt auch mit drauf 10 Euro hat das gerechnet Wie gesagt Das da oben Das Ding rechnet Das Ding da oben rechnet Alle Bits Alle Subs Alle Donuts zusammen Und das ist halt kein Goal Was jetzt Erreicht Unbedingt jetzt Super Erreicht werden muss Sodan das ist So ein Ding Was nebenbei läuft No Wisst ihr Wow Wäre cool Sag ich Sag ich dir wie es ist Dann würden wir es on streamen Direkt bestellen Alles Meine Jungs Würden sich freuen Haben die halt schon schneller Ihren Rechner Shit Jetzt hat Jona große Ohren bekommen Scheiße Mein infopanel ist unter mir Das ist nicht up to date Das muss sich noch aktualisieren Das stimmt nicht Was da steht Das was sich geändert hat Ich hab jetzt halt Einen Den und 32 GB RAM Das hat sich geändert Der Ryzen 5 2 2700 Stimmt nicht mehr Drei Monitore Hab ich Ein 2600 Erläuft Ja Wie gesagt 5900 Ist halt Maschine Hier drin Mann Ja Dann Let's go Hab ich da Einen Schreibfehler Ich hab lange Keinen Upload Test mehr gemacht Wie viel Ich überhaupt Hab Das ist glaube ich Noch von Vor drei Jahren Oder so Die download Und upload Zahlen Mehr 250 Down Gibt es hier In Bremen Bei mir aktuell Nicht Aber im August Wollen sie hier Eine Glasfaserleitung hinlegen Doch schon Bestellt Dann sind es Ein paar Mehr Drei 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 Mann! Okay, dass ich jetzt hier so hänge, ist nicht schön. Das Licht draußen ausschalten. Warum? Das ist so ein Nachtmensch. Ein Dunkelmensch. Alles anschalten. Ich kann wieder nicht lesen. Gonzo würde wieder sagen, lies mal richtig. Grau in Grau. Grau wäre cool, weil dann ist die Chance größer, dass es anfängt zu schneen. Später werfen. Herein. Alles gut, Janus. Fit. Ja, so ein Elon Musk dürft ihr jetzt mal gerne mal reingucken und sagen, oh hier ist ja ganz cool und so und mal eben das Goal voll machen. Das wäre so krass. Oder der Amazon Chef darf auch gerne mal reingucken. Echt? Elon Musk würdest du nicht wollen? Okay, verständlich. Shit, wieder. Später springen. Oh no. Oh, das wäre okay, sag ich mal. Auch das wäre okay. Und wäre nett. Akzeptabel, gerade so, ne? Also, wer Kontakt zu Elon hat, ja, schreibt ihn mal gerne an. So, diese, so eine kleine Dono, den glaube ich nicht. In dem Urlaub wird es gar nicht gehen, glaube ich, sodass man das, obwohl auf der Arbeit sagen, einen Monat, ich wünsche euch was, ja. Ich mache unbezahlten Urlaub, einen Monat. Oder so zwei. Was sagen so, Arbeit, auf Wiedersehen. Ach, Mann. Ich glaube nicht. Vielleicht braucht er das noch, die Videogaming. Vielleicht. Vielleicht braucht er das noch. Man weiß es nicht so genau. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man kann es nicht wissen. Ob er das noch braucht. Ich glaube, der zahlt genug Steuern. Was auch immer die mit dem Geld machen von ihm. Ich bin drin. Das war's für heute. Ich reg mich über nichts auf. Ich bin froh, dass ich Arbeit habe. Arbeiten gehen darf. Das sollte Motivation für jeden sein. Dass du mich kennst. Und dass wir gesund sind, ja. Das ist schon ein wenig süß. Ach, Leute. Ihr wisst doch, dass ihr total viel Bock macht mit euch. Jetzt. Jetzt. Jetzt haben wir's. Tür. Und dieser Kackaboss. Junge. Ich muss da jedes Mal wieder reingehen in diese scheiß Tür. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht. TK, guten Morgen. Ich glaube, das ist wieder so ein Thema, wo ich mich halt zu wenig auskennen. Wow. Das waren noch zwei. Shit. Wäre zu knapp gewesen. Du bist abends unterwegs, wenn die Video Gaming streamt? Hä? Sport. Sport. Shit. Wer macht denn sowas? Sit. Sichtig. besser als da grave besser als das von von unserem metzger letzt beim letzten mal obwohl jeder metzger hat so feiertag ist das wieder am süden für feiertage gleichwertig sehr gut heilige drei könige ist kein feiertag da Ach, die in Bayern haben doch sowieso andere. Ach, man, shit. Gesetze sind doch da, um gebrochen zu werden, oder? Das ist nicht schon seit Menschheitsgedenken so. McTroll, danke für 21 Monate. Danke sehr. Hallo Nimpi, der, der mich angesteckt hat übers Internet. Okay, danke, die Videogamics fürs nachgucken. Okay. Okay. Und. genau muss ich immer aufregen der boss ist kaka hier ganz so wie geht es dir mein schätzelein hoffe sie geht's gut so mittel ja dann im bett bleiben nimm den scheißblock im bett ja da kannst du bald wieder hin auf escape für den restlichen escape eben sieben minuten und für das level jetzt hier eine halbe stunde und wie sehr konfus gott kann man anstellung gefällt mir hat gar nicht wow abgeschossen snipet mag den boss nicht schon mal gesagt ich mag den boss nicht wow jetzt lande ich auf dem blog ich hasse diesen boss der ist nicht schön was kommt denn gleich für ein level letzte schon glaube ich ne kann das sein so Das war's für heute. Ah. Eine Sekunde auf der Uhr gewesen. Okay. Da hast du den Progress. Das war's für heute. Wow. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Okay. Wie war dieser scheiß Dings noch? B. A. B. A. Select. A. B. A. B. R. B. S. B. B. Select. Select. A. A. Ne? Select. A. B. 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 verzählt. B A R B Select A X Y Ich glaub nicht Scheiße 512 war das, glaub ich Es waren nicht 500 Ich geh da rein, weil ich jetzt nicht 500 Teils nach rechts Hab ich mich verzählt Ich muss jetzt nachgoogeln, ey Das ist nicht a big Knopf, mein Mann 212 Okay, 212 Hab ich grad nachgeguckt, ne 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 200 200 140 130 30 200 120 damit Untertitelung des ZDF, 2020 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 So langsam gewesen. Ach, was? Warum? Er springt nicht. Ich habe den Knopf wieder Schwächeanfall im Daumen. Warum springt man auf dem A-Knopf, macht man kleinere Sprünge gefühlt als auf dem B-Knopf? Nee, nee, der... Ach, lass mich in Ruhe. Ich habe den nicht gedrückt, deswegen. Der gegen. Der ist nicht kaputt. Oh, wow. Oh, das ist nicht kaputt. Ich bin, dass ich noch nicht kaputt bin. Ich bin, dass ich nicht kaputt bin. Wie war ich nicht kaputt bin? Ja, schade ich mich. Ach Gott, den Raum habe ich noch nie gemacht, was tue ich und warum tue ich es? Oh mein Gott, ich Idiot. Ich habe den Raum verwechselt. Ich dachte, das wäre dieses Ranken-Ding mit den Kakteen. Oh nein. Oh nein. Küngdent, Junge. Schenk. Es geht ja wieder nach links, der Penner. Es ist so geil. Oh, ich war so ein Fehler, diesen Raum zu nehmen. Ich kann auch nicht wieder zurück. Hallo, Frau See, Beckett. Frau Seemöwe. Ja, und wie soll ich den Schlüssel jetzt wieder nehmen? Was ein Kackraum. War es ein Kackraum. Wirklich. Noch nie gemacht. Ah. Ah. Den hier oben wollte ich. Oh. 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 kurz gucken was hier dann war dann dagegen springen dann da okay okay gleich haben was ja ja Wow So 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 und dann da hoch Warum ist da ein Kaisovlog? Was? Oh nein, warum ist da ein Kaisovlog? Okay, der war gemein Das ist ein neider Junge Shit Gut 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 Das war's für heute. 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 Wenn sie eine Mechanik in SMW ändern sollten, ist es diese scheiß Vines, dass du da auch nach oben drücken kannst, um abzuspringen. Wie in Super Mario Maker 2. Das war's für heute. 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 Ich denke, dass du da bist. Los geht mich. Ich muss euch gar nicht sagen, Teach Jogi, frohes Neues wünsche ich dir auch, danke sehr. Ah, so, fransen versus bosa, so. So, neuer Timer, let's go. Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Warum ist es nur ein einfaches Feuer? Wo ist das Feuer? Ich bin verwirrt. Wo ist das Feuer? Wenn er auf dem Boden springt, das war ich vermisse ich. Ich steckt Wörter. Der trägt Ballart, ja. Bum, 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 bum. Shit. Hey, hey! Bum, 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 bum. 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 Der Abgefranst. Moin, grüß dich. Prost, neues Jahr, Schneckbirdie. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 warum ich da oben warum stehe ich da oben eigentlich ja nur eben kurz im kopf kriegen dass der gar nicht mehr dass er gar nicht so viele sachen macht der in grand pool 3 der bowser in dem feuerlevel ist eigentlich die ursprungsversion gewesen von diesem fight aber da haben alle gesagt ihr playtester das ist der ist zu hart der ist zu schwierig und haben dann eine abgeschwächte form also den hier gemacht und den alten hat er dann in die in die andere anderen heck eingebaut man wow ok 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 oh ich stehe vor ihm ich stehe vor ihm und der haut mir die feuerwand ins gesicht bei mir auch so in etwa weil der super eklig war ach man bring doch auf die andere Seite du Penner gut Das war's für heute. Meine Güte. Dass man immer beim Hammer springt, ey. Das ist krass, wenn man das Geräusch hört. Dass man so geauto-triggert ist. Ach, Mann. Mach doch ein bisschen Eis. Guten Appetit. Das ist Masjuth. Frech. Doppel. Einfach ein Doppel-Shell-Wurf. Okay, Fokus. Sagt er und sprang in die erste Feuer-Bubble, die er macht. Gut gemacht, Franz. Gut gemacht, Franz. Gut gemacht, Franz. Ganz sicher nicht. Rufen, moin. Abgehobener Streamer, ich weiß. Ach, shit. Junge, zweimal Hammer. Tausend, zehntausend. Man, berückt euch. Wow. Abgehoben. Ich denke mal, gar nicht ist wirklich so, ne? Das stimmt. Finikoto, ja auf. Hey, berück dich. Ach, Finikoto, wir haben oben das Ding mal drin, ne? Das Dingster-Boomster. Hier, ne? Weißt du? Da oben. Da, das. Überm Chat. Nur bei den Geschenksubs. Mecke hatte zehn Geschenksubs gemacht und er hat nur einen gezählt. Ich halbiere die Zeit. Ja, fast. Ansonsten hat es funktioniert. Aber, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo es war. Das war relativ am Anfang, vorgestern im WOD. Im WOD. Wenn nicht, müsste ich da nochmal nachgucken, ob ich mich da vielleicht verguckt habe. Ich helde da. Das war's für heute. Warum nur einmal Feuer und Lappen? Oder ich habe mich verguckt. Das ist alles korrekt. Kann natürlich auch sein. Mann, warum springt der gerade zu mir hin, du Penner? Ja, das ist alles korrekt. Shit. Ein Hit verschenkt. Aufzuspringen. Mann, geh doch auf die andere Seite. Du Penner eines Penners. Ich springe in das Wasser rein. Feuer. Feuer. So wirklich, dann ist es Feuer. Feuer. Are you ready? Junge Rat. Hätte ich eh nicht rüberspringen können, weil es kam genau das Feuer von oben, als ich konnte da nicht durch. Wäre niemals gegangen. Ach mann. Wurzeln. 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 Das war's für heute. Ich habe noch eine Stunde, um eine PB zu schlagen. Sieben Stunden, 45 war, glaube ich, PB. Junge, helf! Da kann mir keiner erzählen, da ist kein Patch drauf. Pff, das waren erst vier Hits und ja, ich bin... Pff, das war's für heute. Pff, das war's für heute. Bademantel an, los! Puss! Pff, das war's für heute. Okay, ich hätte echt gedacht, ich bin schneller durch, wirklich. Okay. 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 Das war's für heute. jetzt bin ich doch nicht so gut wie ich dachte naja ist so einfach zu langsam ist so ist gar nicht gewohnt so langsam solitär der marlenia krampf besieger na pietruf wie fühlt man sich so dieses leichte wesen besiegt zu haben nach 18 millionen stunden das war die einzige attacke die er hätte nicht machen dürfen weil ich so nah dran stand du meinst den lieben laser ist ein geiler typ leider nicht getroffen auf der polaris weil er schon weg war was auch wenn er das 10k wird wenn du groß fertig wirst oha darf ich nicht weißt du schaffe ich nicht was 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 Okay, wird das so ein Deathloop-Ding hier? Ach, Mann. Oh, Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war die YouTube-Light, ne? Klar gibt es YouTube-Premium-Light, klar. Also nur 5, 6,99 oder so, anstatt 12 oder 11. Mythos. Ach man, Fucke-Murk! Kann nicht sein. Ich dachte, ich bin hier fix durch, 10 Minuten oder so. Wow. Die Shales haben sich kaputt gemacht und mich getroffen. Einfach doppelt böse. Ich dachte, ja. Ich erkenne den Fehler, ja. War zu abgehoben. Wieder mal. Ich bin sowieso ein abgehobener Mensch. Wieder eine schöne PN gekriegt, letztens. Ich bin sowieso. Wohin? Wohin? Ich bin sowieso. Ich bin sowieso. Ich bin sowieso. Ich bin sowieso schon einerumenischen Aktienenden estimation. Genau so. Ach, Junge. Meine Güte! Ich habe auf den Hammer gewartet. Ich wusste, dass er kommt. Danke, Junge. Oh, okay. Ja, wir machen einfach einen 10-Minuten-Fight. Äh, Bit-mäßig. Ich hab von Stream-Elements nämlich eine E-Mail bekommen. Bit-mäßig war Top Chira war Gonzo mit 13.380. Raffi mit 7.480. Und Mecke mit 6.150. Wenn die Sachen von Stream-Elements stimmen. Du bist nicht in die Top 3. Sagen wir es so. Gonzo, Raffi, Mecke. Aber du bist in meinem Herzen in meiner Top 3. Das ist doch viel besser, oder? Sag ich doch. Wow. Frech. Ich war nur betrunken. Okay, der... Der Boss nervt mich gerade. Super hart. Echt, ohne Scheiß. оijer. ... ... ... ... kein framewall patch drinnen ja genau das macht mal ist eine gute idee ja Junge, wo will er ganz hin? Er fliegt ja fünfmal ums Heck. Er fliegt ja fünfmal ums Heck. Morgen früh weiß ich nicht, morgen weiß ich nicht. Eigentlich habe ich Sonntag gesagt, fällt aus. Aber mal schauen. Erstmal ja heute Abend nochmal den Stream mit dem Give Away. Wow. Wow. Echt. Wimsch. Das war's für heute. einfach nur pech gerade hier alles genau da kommt da so eine fünfer hatte nur wie sich wieder jemand beschwert über meine arrogantheit man nie vorher gehört den namen wurde direkt geblockt liebe solche leute mit platz machen bitte aber hat mich doch nicht gestört habe ich mir durchgelesen dachte und fertig ach man ich mache nur einmal recht das ist ja 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 Wow. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Pfff. Ja, ist wieder alles okay. Gott sei Dank nichts weiter gewesen. Er hat gestern noch über Kopfschmerzen geklagt, aber heute habe ich jetzt nichts mehr gehört. Ich wollte nicht länger als eins machen. Wir müssen noch einkaufen. Ich wollte noch die Küche aufräumen. Pfff, scheiße. Shit. Pfff. 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 um springe ich da drauf Frechheit Frechheit Alles frech was der hier macht Alles frech Keine Chance, wohin? Mach mal Gute Nacht Katzenpanda, grüßt, danke für den Bademantel Wow Ist aber leider jetzt zu Ende Meine Güte Ich treffe einfach nicht Junge, der macht einfach alles hier gerade Ach, halbe Stunde um Ja, ich geb mich auch gleich geschlagen Okay Junge, es kommt wieder alles auf einmal. Ich muss wirklich, da müssen wir das heute Abend zu Ende machen. Dann ist das so. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, meine Fresse. Bis halb zwei und dann ist Schicht im Schacht. Ja genau, springt er denn da hin? Ja, ich glaube der Grand Pooh World Bowser gewinnt. Ja genau, boah, Junge, was tut er? Ja genau. 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 Frech, Frechdachs. Einfach Frechdachs. Oh, gut gespielt. Ja genau. 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 Dieser Cenk, dass der unten ist. Okay, dann vielleicht habe ich mich darauf verguckt. Das war alles richtig, ich musste mal ins Watt reingucken, als die Sabarino-Bombe kam von Mecke. Das war alles richtig, ich muss mich darauf achten, dass die Sabarino-Bombe kam von Mecke und die Sabarino-Bombe kam von Mecke und die Sabarino-Bombe kam von Mecke. Das war's, ich muss mich darauf achten, dass die Sabarino-Bombe kam von Mecke und die Sabarino-Bombe kam von Mecke in den Räumen. Oh, diese Tür, dieser Tür, Jank, dass man da hängen bleibt, das war mein Verhängnis. Lava tötet, ich banne dich gleich. Ach, mein Dom. Oh, ich hab echt Schädel, ne? Richtig Kopfschmerzen, krass. Ich hab bis jetzt noch nichts gegessen, aufgestanden und noch nichts gegessen. Ey, Fransen, trink mal was. Ach. Das ist so nicht gedacht, dass der Swamp so komisch ist. Das ist so nicht gedacht. Oh, darf ich das jetzt durchspielen? Mein Kopf hämmert. Das ist so nicht gedacht, dass der Swamp so komisch ist. Ich hab mich nicht gedacht, dass der Swamp so komisch ist. Ich hab mich nicht gedacht, dass der Swamp so komisch ist. Ich hab mich nicht gedacht, dass ich nicht gedacht habe. Guck mal, hier habe ich ein Kühlpack. Das kann ich mir auf die Stirn legen. Immer wieder schön. Ja, ist wirklich so. Ach, Mann. So, hier die Dinger habe ich jetzt mal aufgemacht. Ich habe da aber noch nicht reingeguckt. Ich gucke es mir später mal an. So. Thanks, especially for watching, supporting and helping me make this game. Yes. So. Dann würde ich mal hier rüber wechseln. Bei Szenenwechsel ist das Ding auch immer kaputt. Beim Szenenwechsel ist das Ding auch immer kaputt. The End. Okay, ich habe eine falsche Version. Das ist gar nicht die mit Barb Sexy. Ich habe die falsche Version. Das würde hier stehen, äh, hier so und so ist das. Das darfst du drücken und so weiter. Jetzt geht's wieder. Egal. So, ihr lieben Menschen. Ich wünsche euch einen schönen, ähm, Samstagnachmittag noch. Und wir sehen uns dann heute Abend wieder. Da gibt es dann, äh, das Giveaway. Ich habe einen Gutschein und eine Geheimbox. Wo ein paar Sachen drin sind, die ich, die ich habe. Und wir gehen zum Nave rüber. Der macht, glaube ich, gerade Super Mario Maker 2. Und Ja, da könnt ihr gerne mal reinschauen, ihr Lieben. So. Wir sehen uns dann nachher. Ich weiß nicht, wann wir starten. Vielleicht um sieben, vielleicht um acht. Mal gucken. Und dann sehen wir uns nachher. Ich gehe jetzt einkaufen. Tablette einwerfen. Und dann sieht man sich. Bis später. Ich habe euch lieb. Euer Franzen. Bye, bye. Ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb.